Hallo? Ja, das Kamerateam. Herzlich willkommen hier in meiner Residenz. Wir haben hier zu Gast in dieser Woche das Divertimento. Das kommt rein und ich zeige euch, wie die Sachen sehen. Auch schön. Du musst nicht gerade wieder verrückt werden. Ja, das kommt rein. 10 Minuten werden wir den Fernseher abstellen. Nein. Folge ich nachher noch ein Brei. Nein. Alles angehackt? Ja, ich weiss es. Mach doch mit denen vorne etwas anderes. Was ist Hygiene? Hast du mal Hygiene gehört? Darf ich hier? Darf ich hier? Darf ich hier? Klappe. Verhört, take 4. Mal in der Ferien. War das ist dein Herz? Ja, ich war gerade. Ich fühle mich jetzt. In der Ferien war. Woh, was ich war gerade? I will. Woh, was ich weiß. Ich wöge nicht. Was ich weiß. Was ich weiß? Woh. 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 Jetzt wäre ich froh, es wäre fertig jetzt. Wie die hintereinander kommen, dass sie das erst einmal so auskreuzen und das zweite Mal von der anderen Seite wieder kommen. Sonne? Ja? Ja. Ich war gar nicht drin. Hey, sag mal, schläft eigentlich oder muss? Ja, jetzt schon. Oblach! Ja. Nein! Du schaffst nicht die Stabzüge dort! Woher hast du den Käse? Stopp, nicht scharf gewesen. Sorry, mein Fehler. Hallo zusammen, ich bin Roger. Und ich bin der André. Und ich bin der André. Dumme, siehe ich du. Zusammen sind wir zu Duos. Luft um Boden. Scheisse. Der André hat sich spezialisiert auf Offroad-Springseilen im Schwergewicht. Die Spezialität von Roger ist, ähm, Offroad-Scheisse ist meine. Offroad-Scheisse. 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 Ja, ja, ja. Seit acht Jahren sind wir zusammen im Turnverein Waderschwin und treten mit grosser Motivation jedes Jahr an an der eidgenössischen Musik-Tät. 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 Nein! Musik-Tät. Musik-Tät. Es ist etwas Gutes. Der hat sich schon bald gelassen. Ja, das war jetzt im Kibbett. Also. Im Kibbett haben wir es ein Putanhöl grün. Die Baartkultur war immer auch von mir selber bezüglich. Was für mich auch ein bisschen Spirituelles. Was für mich auch etwas Spirituelles. Was für mich auch spinnert. Ja, verleiht den Hebel! Ja, das ist ein Hebel, doch bitte! Ja, das ist ein Hebel! Ich bin der Leid, aber ich sehe so! Ich bin der Leid! Ich bin der Leid! 2. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 8. 10. 11. 13. 13. 13. 14. 15. 17. Noch einmal Lächeln jetzt? Komm! Man meint, es ist gut, es ist gut. Jetzt müsst ihr verlecheln. Ja, wir haben einfach gedacht, dass wir im neuen Programm zaghaft reingehen müssen. Ja, mit dem körperlichen Einsatz auch. In dem Sinne, würde ich meine Physiotherapie und Osteopathie noch verlängern. Also mein Meterladen würde verbinden mit zwei... Ja, da kannst du hier oben runter und wenn du es klappst, dann geht es so rum. Und dann kannst du es so hinlegen. Das ist ja schlussendlich multifunktional. Absolut! Beruflich oder privat? Man bringt manchmal einfach unglaublich viele Sachen, die sich anstellen. Autos. Autos. Angst, Frust, Frust und... Angst, Frust und allerlei Vibrationen. Die... Das sind alles Gefühle. Gefühle, wenn wir auszudrücken können, weil wir brauchen eben die Ventile. Gefühle sind wie Farben. Vor allem, mach kurz, bitte gut. Mach kurz, bitte gut. Mach kurz. Du bist so eine schlechte Sorge. Ganz mühe. Aber das könnte er geben. Ja, ich verrät ab denen. Ich weiss nicht, ob die Leute das schnarrt. Na wa interactions haben. Und dann natürlich doch zum Atmos». Auf Wiedersehen! ink Das war's für heute. Nichts! Ja, was das? Ja, was das? Sehr nett, zu beendet! Nächste! Hallo! Hallo Mister Fischer! Nice! To meet you! To meet you! Du hast Schmerzen, dir geht's nicht gut! Nein, ich weiss! Du musst ein kleiner Leben jetzt! Fick so gut! Hallo! Hallo Mr. Fischer! Hallo Mr. Fischer! Oh! Oh, ein Skibein! Muss ich zwei Beine genommen? Er war zuhause! Er war zuhause! Das war zuhause! Das war zuhause! Das war zuhause! Well, let's! Hell! Fuckin! Bullshit! Kuckus! Are you happy now? Very nice! I'll be that we shall see! Das war zuhause! Das war zuhause! Das war zuhause! Tief mir nicht. Ich habe... Das war zuhause. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist das grösste Talent in der Schweiz? Im Land! So, auf dem Skifahren, Psyling! Ich habe einen Hüpfel vor, habe ich gesagt. Jetzt schupfen die See! Das ist der Hammer! Ich bin in der Geiselkunde da links. Gut. Ja, genau. Ja, das ist gut, das ist gut. Ja, genau. Ja, 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 Gott, verdammt, ich muss doch lachen, wie das so geil tut. Du hättest doch einen ***. Stopp! Stopp! Okay. Ja, Achtung. Okay, los. Okay, Pizza la Hasta, Baby. Nein, Hasta la Pizza. Weg! Man sieht, nein, Gott. Stopp! Hey, es ist irgendwie ein 0 Grad. Ja, Minus Finger. Katastrophe, wir spielen wirklich mit dem T-Shirt, das ist eine Katastrophe. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Von wem hast du das Zeugs? Das sag ich dir nicht. Ich bin gerade zuletzt, Schneider. Was, Schneider? Ich bin ein Schweizer, Schneider heisst das? Ich hab mal die Kabozen ab, ich kann manieren das. So, so. Lass jetzt mal schnell. Komm, mach mal den Mund auf. Schnurren auf, komm. So, wie ist das? Wie ist das? Sau? Oh, ist das sauer! Uh, ist das sauer! Uh, ist das sauer! So, hä? Fällt dir das? Oha! Ja, es ist Sex! Ich sag's! Ich sag's! Oh! Ah! 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 Mach's da! Mm! Ah! 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 So, komm, Husten! Zu bitte! Scheisse, du Rehremurt! Ah! 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 Ich bin total aufgewühlt! Ah! 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 Vielen Dank.